Hallo, das Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. So, wir haben, ja, wir waren da in dem Raum. Haben letztes Mal zwei Gordene Steine da rausbekommen und zwei I-Kids zum Verwandeln. Von da kamen wir. Ja, würde ich sagen, gehen wir erstmal hier hoch. Kann ja nicht... Oh, guck mal, guck mal, ich hab schon ein Schätzchen gefunden, dass aufgemacht werden kann. So. Ah, das backt immer ein bisschen. Für Millicent Boyce. Ja. Da kann man nicht lang. Das kann ich gerade mitmachen. Aber das hatten wir doch schon, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, ist nicht schlimm, wir können es rausfinden. Moment. Wir können da schnell durch. Hops. Und hops. Und... Hops. Nein, das hatten wir noch nicht. Okay. Oh, wir haben eine Tür aufgemacht. Okay, ähm... Dann würde ich glatt sagen, wir gehen da gleich rein. Ich würde doch lieber erst hier reingehen. Das ist... Der Raum, okay. Ja, mal gucken. Was wir hier so alles finden. Das ist der Typ für Ridiculo... Ridiculus. Ridiculus. Es ist Ridiculus. Coolig. Töschi. Tösch. 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 Das haben wir aufgemacht. Da sind wir nicht drangekommen, genau. So. Damit hätten wir Ginny Weasley freigeschaltet. So, weiter. Das haben wir nicht ja auch. Wie damals. Ach. Lucius, du sollst die Leute nicht... ...hochheben. Du sollst die Kiste hochheben. Oh, dann bin ich doch aufgekommen. Ich weiß es gerade gar nicht. Anders. Wir bauen es zusammen. Wir werden es sehen. Oh, hier ist ein roter Steinfühler. Okay. Was ist das denn? Moment. Oh, meine... Meine Nauch. Meine Nauch. Ach du, wo bin ich denn jetzt? Hier ist ein roter Stein. Auf jeden Fall schon mal. Und eins von sieben. Gut. Lass das mit denen? Nein, die nicht. Okay. Das hier kann ich noch machen. Oh. Oh, Lucius ist ja eine größte Angst. Das wollte man. Willst du wissen? Oh Gott. Moment. So, einmal dich befreien. Dann. Hier drin suchen sie es laut. Die Schüler im Gefallen. Dann einmal hier. Ähm, Moment. Was haben wir gleich? Wolle, Mord? Ja. Geh mal weg da. Worum müssen wir denn jetzt lang? Warte, wie? Ach, das ist gar nicht kaputt. Die Küste muss doch kaputt sein. Kaputte Kiste. Kaputte Kiste. Okay. Moment. Moment. Wir können hier lang. Okay. Au, ist mir wehgetan. Aber wir müssen da irgendwie hoch. Na? Na? So nicht. So auch nicht. Ich weiß nicht, wie wir da hoch können. Ich find's noch raus. Ich werd rausfinden. Ich werd das rausfinden. So. Moment. Hier. Nein. Das bringt nix. Okay, ähm. Ja, ist doch... Ach Gott. Ja, ja. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich weiß wie. Zumindest glaube ich, dass ich weiß wie. Aber... Ich schätze mal... Nein, nein, nein. Ja, das war gut. Das war gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Sehr gut. Jetzt muss ich mir... Ups. Nimm das wieder. Nimm das wieder. Okay, Moment. Ich hol mir das mit ihr runter. Oh Gott. Willst du das da jetzt nicht runterholen, ne? Okay, Moment. Bauen wir erst mal das hier zusammen. Eins nach dem anderen. Okay, das ist eine Treppe. Dann werde ich garantiert nicht für den Stutt runterspringen. Oh Gott, eine schlechte Note. Ah! Hier ist ein Pokal. Okay, dankeschön. Und da ist das letzte Teil. Okay. Na komm, Lucius, du hattest das doch anvisiert. Das kann man doch da runterholen. Okay, anders. Wir bringen jetzt erst die Sachen da hin. Dann haben wir auch wieder die Hand frei. Das ist ja nicht so schlimm. Okay, das ist nicht wichtig. Lucius, wie willst du das denn da runterholen? Ups. Was hab ich jetzt gemacht? Entschuldigung, ich wollte nicht Pult machen. Achso, das holt... Ah! Ich verstehe. Boah, der Mord, der letzte Stündler hat geschlagen. Hier, friss einen Schnulli! Mami, Mami, Mami! Vier von fünf. Sehr nett. So, jetzt nehmen wir das mit. Tun es hier rein. Die Lampe hat mir schon die, aber das nicht. Dafür bekommen wir Victor im Smoking. Geil. So, Moment. Hermine. Wir bräuchten das Teil. Dann trinkst du bitte einmal. Sei stark, Hermine. Und dann ziehst du. Genau. Okay. Oh, ein Fokal. Oh, ein Fokal! Ja, ist mit einem roten Stein. Sehr schön. Damit hätten wir einen roten Stein. Und wir können hier jetzt runterspringen. So. Hey, Eulie! Bitteschön. Herzenregenerie. Okay. So, dann wäre unsere Reise in den Raum hier wahrscheinlich zu Ende. Und hier ist nichts mehr, oder? Ne, ich glaube, hier hatte ich sonst schon alles. Müsste ich eigentlich. Ja, ich glaube, hier hatte ich alles. Ja gut, dann gehen wir wieder hier raus. Und gehen hier lang. Haben wir denn noch Zeit? Okay. Ja, locker haben wir noch Zeit. Okay. Ähm. Da wartet die Eulie. Hey, Eulie. Hier. Ups, warte, ich muss das richtig... Ja, doch, funktioniert doch so. Und das ist was? Schnell zaubern, freigesch. Was ist das alles für Sachen zu freischalten gibt, mein lieber Mann? Was ist das? Nichts, was ich benutzen könnte. War's das hier schon? Gibt ja sonst nichts mehr. Sieht nicht danach aus, nicht wahr? Nö. Das war's dann wohl. Dann... Gehen wir hier lang. Oh nein. Ich hasse es, mehrere Wege zu haben. Oh. Oh Gott. Ich muss gucken, wo ich zuerst... Ich glaube, ich gehe erst hier lang. Nein, das ist auch... Oh Gott. Hilfe, so viele Wege. Was ist los? Wie komme ich denn hoch? Müsste ich nicht auch irgendwie hochkommen? Nee, hier nicht, ne? Was ist denn, wenn ich hier durchgehe? Komme ich doch in den Innenhof, oder? Nee, dann komme ich hier rein. Mit dem Alter und das Trank, okay. Ja gut, das interessiert Lucius nicht. Der ist ja halt genug. Das habe ich aufgemacht. Hier hinten ist nichts mehr. Da ist nur eine Tür. Durch die sind wir aber nicht gekommen, oder? Doch, durch die sind wir so, okay. Okay. Dann... Hier vielleicht? Also hier habe ich anscheinend alles. Als ich probieren kann, ist... Kannst du das hier auch machen? Nein, dann... Habe ich das Offscreen aus der See geholt? Das tut mir leid. Dann sind wir hier in dem Raum fertig, sozusagen. So. Okay, jetzt haben wir diese zwei Möglichkeiten noch. Da und da und da und... Oh Gott. Ja komm, dann gehen wir erst hier da. Ach Gott. Was ist mit dir? Wackelst du... Hey, hey, hey. Was wollt ihr hier, ha? Aha. So, jetzt wird's lustig. Wo gehe ich jetzt zuerst lang? Was ist mit hier? Was ist mit hier? Gut, ich stehe... Oh Gott, nein. Es geht doch... Es geht höher und höher und höher. Eigentlich macht das keinen Sinn, dass die große Halle da oben ist. Leute. Jetzt fällt mir jetzt erst auf. Okay. Ja gut, wenn das die Eingangshalle sein sollte. Aber das macht auch wieder keinen Sinn, weil der Raum eigentlich nicht in die Eingangshalle... Ach, egal. Belassen wir es dabei. Okay, da geht es runter und da geht es hoch. Guck mal. Was ist das? Achso, ja gut, das war die Bibliothek. Entschuldige. So. Lucius räumt auf. So halb zumindest. Oh, da konnte ich noch nicht rein. Interessant. Was kriege ich aus von da... Äh, aus von da drin. Was kriege ich? Ein Radio. Oh, sehr nett. Wir kriegen... Ravenclaw-Mädchen. Sehr schön. Ja, ihr freut euch, ne? Ja, dann tanzt er mal schön. Den muss ich ja nicht trinken. Wie gesagt, Lucius ist halt genug. Er kann da auch einfach so gut durch. Ach, nein, 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 nein. Die verbotene Bücherei-Ithek. Bücherei-Ithek. Genau. So einen roten Stein hier haben wir ja anscheinend. Das könnte dann hier noch interessantes für mich sein. Ach, das da oben zum Beispiel. Ich weiß, wie komme ich da hoch? Moment. Du bist, dass du halt... Ja. Au. Au. Spinne. No, no. No, no, Spinne. No, no. No, no, no. Spreng-Mentor. Das hast du hier super gemacht. Wie komme ich denn da hoch? Oh. Oh. Ich weiß es gerade nicht. Ich wusste jetzt nicht, wie ich da hoch komme. Ein Mienchen. Nee. So. Ist sie jetzt zwar tot, aber ich komme immer noch näher. Oh Gott, hör mir so. Wo ist die denn? Ach, da. So. Ich müsste ja trotzdem... Wie komme ich denn da... Achso, ja gut. So vielleicht, ne? Ups, da da. Zauberer Rot freigeschaltet. Ja, super. Herzlichen Dank. Ui. Ui. Gut, man muss es nicht vertreiben. Ich muss mich mal da hoch. Du bist eingepflanzt. Hier oben ist... Kann ich weiter? Kann ich da weiter? Nein. Hier ist Ende. Gut, dann haben wir auch das hier geholt. Das ist kein schlechter Vortritt. Weiter geht's. Dann gehen wir... Gehen wir weiter? Moment, wir kamen von hier. Oh Gott, es geht immer weiter. Immer, immer. Wo sind wir denn jetzt? Bei einem applaudierenden Geist. Hilfe! Moment, was ist hier? Oh Gott, wir sind ganz oben. Ich glaube, es kam. Vielleicht sind wir nicht mehr ganz oben. Warum ist der Slytherin-Saal ganz oben? Können wir das anderen erklären? Das macht voll no Sinn. No Sinn. Wirklich nicht. Macht keinen Sinn. So, was kann ich hier rausbauen? Ach, ich konnte da nicht... Ich verstehe. Bist du schwach? Okay. Das ist eigentlich hier mit. Ach, ich darf nicht rein. Ich bin ein Slytherin. Ein alter Slytherin, aber ein Slytherin. Komm schon. Ich bin Lustes Malfoy. Ich brauche jemanden, der stark ist. Wo ist das nächste Slytherin-Saal-Tränchen? Weit, weit weg, richtig? Ich tippe auch sehr weit, weit weg. Leider. Da ist eins. Geh mal weg. Kann ich da ran? Irgendwie? Jetzt, obwohl die Morty tot ist... Müsste. Ah, ja. Okay, jetzt kann ich da ran. Okay. Okay, da ist ein Slytherin. Ich glaube, ich möchte erst hier hoch. Es gibt doch so viel zu erkunden, ne? Das ist unglaublich. Das ist so unglaublich. Hi. Hi. Teleskop. Okay, wen kriegen wir dafür? Penelope Clearwater. Ach ja, okay. Oh, mein Spiel hat sich aufgehangen. Beim Speichern. Beim Speichern! Ah! Nein, nein. Oha, ist das weh. Ja, Gott. Herrgott, darf ich auf meinen Desktop? Danke. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.